Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, hallo miteinander, eine Frage Doppelpunkt Komma weiß jemand ob diese Lüfterwalze auch auf einen Gardener H40 Headrick passt. Danke 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 passt es auch auf Gardener? Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.